Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde des Vival Games of the Hive. Heute spielen wir zusammen mit Pussy. Genieße. Hallo, der Grüne da hinten, der Wolf, den ihr schon alle kennt. Und wir machen heute die One-Chest-Challenge. Ich habe keine Ahnung warum ich zur Mitte laufen will, das ist ja... Das macht die Gewohnheit. Ja wie gesagt, One-Chest-Challenge bedeutet, wir dürfen eine Kiste aufmachen und den Stuff rausnehmen. Ansonsten, ja ich glaube, aufmachen darf man die Schande aber halt nicht rausnehmen. Ihr wisst schon, was wir meinen. Dann passt ihr da hoch auf, also wenn ihr das aus seiner Perspektive sehen wollt. Schaut bei ihm vorbei, ich mach nicht mal den Schalter auf, alter mich juckt gar nichts. Aber das Ding ist, wir dürfen so aus Bilderrahmen und so, dürfen halt die Axt rausnehmen oder Steinschild oder was weiß ich was. Die Axt reinzugehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir können dann auch noch zum Dorf gehen und die ganzen Fische da aussehen. Können wir schon Netzen rausholen, gell? Ja. Ja, ja, ja. Oh, hier ist ein PvP-Team mit einer Axt. So, ich schaue jetzt die erste Kiste hier rein. Das ist direkt eine T-Tour. Und? Dir, alter. Willst du verarsch das richtig scheiß Kiste, ne? Das Ding ist, ich werde einfach sofort kurz zum Typen und ich habe eigentlich nichts. Was will der denn von mir? Hä? Ich habe nur Eisenschuhe. Oh ne, die darf ja gar nicht nehmen, schlimmste. Cheater, du hast gecheatet. Nein, habe ich nicht. Ich habe meine Schuhe angezogen und rechtsklick aber auch so seine Kiste aufgemacht. Okay, das verloren. Hat mir Spaß. Okay, ähm. Warte mal, zählt diese komische Truhe da, diese Redstone Chest auch als Chest oder darf ich das rausnehmen da? Blazerod. Das zählt schon als Chest, glaube ich. Also gehe ich da nicht hin. Jo. Ja, gut. Dann habe ich jetzt hier meine Eisenschuhe. Oh, ich habe so Angst, das jetzt mal kommen, ne? Ah, ne, ne, ne. Ich kann zum Ryzex-Schwert auch. Stimmt, 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 stimmt. Okay, ich habe, ich habe gutes Zeug eigentlich. Mit dem Ryzex-Schwert. Das Ryzex-Schwert, das hat ja, äh, Silk Touch oder sowas drauf. Da können wir die Cowpups abbauen, dann haben wir richtig viele Cowpups in den Tannen und so, ne? Oh, shit, da ist eine sich drauf. Violo. Ich habe einen Helm und eine Stein-Eisen-Axt. Stein-Eisen-Axt. Oh, Gott. Ich habe das Herz. Das klingt so langsam, aber meine Hände sind zu kalt. Warte, was hat denn alles drauf? Äh. Okay, den dürfte ich kriegen, der schlägt mich ja nicht mal. Ja. Ja, das hat doch, das hat doch einen 3, nice. Alter, ich habe richtig gute Stuff. Nee. Ich brauche nur noch einen Eisenhans, ich brauche mich für Lyron. Ja, gut, gib mir mal Sachen. Ich kann dir Leder-Schule geben. Darum ist es noch mal eine Schuhe. Wow, Alter. Ich habe eigentlich voll die guten Stuff, wirklich. Für die ganzen Kisten hier aufmachen, habe ich dafür nicht dran gehen, Mann. Auf die dummen Chests, Mann. Ist echt so nah. Ist echt müß, dass man jetzt echt an keine Chests mehr geben darf. Äh. Warte, spielst du mit Janelys Resource Pack? Nee. Alter, hier liegt einfach Free Stuff rum. Zwei Eisenhans, wie geil, oh mein Gott. Gib 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 gib. Alter, das war so lucky, Alter, das war richtig lucky, oh mein Gott. Fischerdorf. Ja, ich bin schon. Komm mal zum Spawn, okay? Komm mal Richtung Spawn, bitte. Nein, Fischerdorf, ich baue jetzt Cockwebs ab. Warum? Hallo, Cockwebs-Spam? Komm, man loop, learn to play. Nein, Alter, wie lucky war ich? Ich habe volle Rüstung für dich, Alter. Scheiße, es liegt da einfach so rum und ich dachte mir so, ja, okay, vielleicht ein Lederhanisch und dann sind da immer zwei Eisenhanische bei. Alter, ich bin full Iron mit einer Chest. Oh mein Gott. Und das Ding ist, in der Kiste war einfach gar keine, gar keine Eisenrüssung, ne? Die habe ich alles durch den Typen da bekommen und durch den Stuff auf dem Boden, wie geil. Oh mein Gott. Ey, ich bin Fischerdorf, wo bist denn du? Ey, sorry. Ich baue hier Cockwebs ganz am Rand. Äh, das sagt mir viel. Ja, hier ist sicher auch Hut zu. Hm. Ich sehe dich ernsthaft nicht. Hallo, guck mal. Eine Chest, easy. Ich habe sieben Cockwebs. Ein Steinschert, wenn du brauchst, Essen gebe ich dir auch mal. Äh, ja, ich nehme Steinschert mal mit. Das lief ja schon fast zu gut, das ist richtig unverschämt. Die Kekse sehen einfach so aus wie Scheiße bei Genialis Bissau. Ich habe das mal gesehen. Ja, habe ich gesehen. Warte, ich brauche mehr, ich brauche mehr Cockwebs. Ich brauche mehr Cockwebs. Warte, er geht mal, geht mal zu mir Cockwebs, bitte. Ja, gut. Kann ich nur mit einem anderen machen. Die liegen hier auf dem Weg. Nice. Danke. Alter, die Runde läuft echt, die ist unverschämt gut. Das ist ja, ist ja richtig unverschämt. Äh, ist ja richtig unverschämt, oder? Warte, wir haben dann eigentlich auch die beste Map ausgewählt, ne? Ja, okay, ist echt so. Ja, gut. Okay, ich glaube, es gibt viele Maps, wo man da was abgreifen kann und auf voll und jetzt warte, warte, hast du dir? Nee, leider nicht. Kacke, warf kein dir. Gibt es so ein Cy-Typ? Cy-Roll-Typ. Irgendwo irgendwie an Schornstein noch so Cockwebs oder so, keine Ahnung. Hm, ich weiß nicht, in dem Dorf. Ja, in dem Dorf, hier gibt es ein paar. Oh, ist das schon aber mein. Alter, wir einfach alle sterben, auch nicht schlecht. Okay, du von dem Deathmatch. Deathmatch, wieder so anzulegen. Hier, alle meine Suspects, way. Ich springe jetzt einfach mal runter, mal gucken, ob ich sterbe. Aber ich, 30, geilo, 30 FPS, eats. Alter, die Challenge war echt richtig unverschämt, einfach. Hä, warum, hä? Warum haben die keine Schornsteine, die sind scheiße, ich habe nur 9 Co-Verbs, was wollen die? Nur 9 Co-Verbs, okay. Ich denke, ich hätte da noch nie legit mehr. Hey, ich hatte mal 20. Warte, vielleicht sind die irgendwo noch andere, ne? Lass, sie müssen ja nicht nur hier mit Fischer oder welche sein, vielleicht gibt es noch ein paar Scope-Ups. Ja, in dem anderen Doktor gibt es da halt auch noch Fischer. Nice! Und die haben Spawn auch noch, mit dem Wasserfall. Nice! Das bist du gar nicht. Ich sehe den anderen Typen. Ja, wusste. Ich kann den nicht blocken. Der wird sich wunderbar, wenn es gleich ein 2v1 gibt. Ich denke, es ist einfach der erste Aufnahmeversuch, da funktioniert einfach alles, sobald ich dabei bin. Ja, vor allem, da lag einfach Stuff auf der... Einfach auf der Straße. Oder das bist du? Nein. Jetzt lag der einfach auf der Straße. Bei mir wird es so krass, wenn ich nicht mehr zu sterben, ne? Okay. Das ist nicht mehr lustig. Das liegt da, das liegt da unten, pass auf. Jetzt nach unten, jetzt nach unten, das liegt da. Oh, da auch nicht so. Hier! Ich sehe es. Pass auf. Heilomatico. Heilomatico. Geil mich mal löschen, ne? Ja. Alter. Der hat voll die gute Range eigentlich. Ich will auch noch ein bisschen sparen. Oh, jetzt kriegt er den Schmengen des Todes. Oh, okay. Da war er voll grenzelt in seinem Seiten. Habe ich gar nicht. Oh, die D-Hams-Wagner. Da war auf jeden Fall richtig die PvP-Action nicht. Da war ja viel zu einfach hier. Lass mal ein bisschen Pop-Up-Spam, okay? Äh, okay, ich habe eins. Ne, warte, 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 wir bauen einen Koppel-Turm. Wir fangen hier an. Oh, das war schon mal sehr gut. Ich habe zwei Kuchen, ich schäme mich um Rauch. Ah, du bist halt doch. Oh, Gott. Das hat richtig gut funktioniert. Das ist moderne Kunst. Ei. Oh, shit, weh, OP, TNT, alter, nee, nein. Na, hier, du kriegst jetzt noch P-Kuchen ab. Pam. Oh, scheiße. Moderne Kunst. Ja, schön. Okay, also, was? Wie viel Rüstung ist vor? Das ist fünfeinhalb? Nee, sechs, sechseinhalb, ne? Ja, kann sein. Ich kann nichts abbauen, Mann. Ich fällde einfach durch, ne? Okay, du fällst durch. Wie in der Schule. Ich bin gar nicht mal weg. Ja, 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 hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, dein Schwert? Ja. Und wie viele Pfeile hast du? Keine. Oh. Ähm. Ich werde nicht voll verlieren. Ja, ja, ja. Nein, ich habe meinen Bogen gerade in die Luft gesprengt, das ist ja schon klar. Du bist für ein Mongo. Spaß, ich habe sie noch dabei. Ja, 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 das hätte ich jetzt auch gesagt. Krieg man noch... Äh? Mit die F? Ich schlag dich in die Richtung und du fliegst in diese hier. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also, du hast sechseinhalb, oder? Ja. Okay, äh, go. Wird eh so verlieren. Nein, bist du nicht. Okay, go. Ja. Okay, go. Guck mal, ich spiele gerade mit defaulten Teilen, die schafft trotzdem nur 40 FPS. Ja, ich spiele gerade mit Hunters und kriege auch nur 240 FPS. Halt das Maul, Mann. Mann, das ist so am Lagen. Oh, my God. Vor allem, ich will mir einen neuen Bildschirm kaufen, der soll aber 120 FPS zeigen sollen. Keine Ahnung, was ist meiner, ist meiner auf jeden Fall cool. Ich glaube, ich habe den Visiten, man umgehe, ich bin mir noch nicht sicher. Ja, ich zeige auf dem Fernseher, keine Ahnung, was wir Fernseher so normalerweise haben. Oh, mein Angel, ey. Äh, mach mal schon, go, du fake. Hä? Sieht so aus. Okay, warte. Gangl dich die ganze Zeit, ne. Ja, ich bin voll. Warte, jetzt bin ich voll. Ja, 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 wie die Schlümpfe immer blau. Okay, bereit. Okay, go. Boast beim Lugland to play. Best fertig. Nee, okay, warte. Dann töte mich über Schwert. Los. Hm? Hä? Jetzt geht er einfach schon drauf. Was ist da los? Ja, lass mich doch. Nein. Vor die Runde ausläuft. Alter, dass mir übelst viele Herzen abgezogen, ne? Ja, und das läuft bei mir wieder rum. Guck jetzt, gerade wo ich einen Angriff gebe, lags. Alter, du bist so easy, ne? Ja, oh mein Gott. Yeah. Oh Mann, Pasi. Ja, gut. Das musst du noch ein bisschen üben, so. Ich zeig dir meine Aufnahme, okay? Steht da ja auch noch, genau. Oh Mann. Ich hab' vergessen. Dann renne ich auf dich zu. Lag, lag, lag. Und dann bist du tot. Ja, okay. Pasi, du kennst das Spiel. Stimmt doch, oder? Und wieder. Du musst jetzt ein Hashtag aussuchen. Ja, schon wieder. Ja, Entschuldigung, dass ich es auch mit dir aufnehme. Ich mach jetzt mal einen ganz langen Hashtag. Oh Gott, das riecht dich asozial. Viel Spaß beim Einblenden. Oh, nein. Okay, warte. Ich schreib's dir. Keine Ahnung. Er muss... Er sagt's doch. Nein. Was ist, wenn wir jetzt Taube-Zuschauer haben? Ich schreib's dir ein. Taube, was laber? Ich find's scheiß. Das ist der Hashtag. Ich will's nicht sehen, glaub ich. Los, jetzt hack'n Hashtag machen. Ich bin schon fast einmal im Hab rumgelaufen. Ja, ich spring auch die ganze Zeit hin. Ja, dann sag ich jetzt ne Hashtag. Oh my God. Hashtag lag. Sonst nehmen wir Hashtag PasiGabDishMang. Weil's laggt. Okay. The shmang was given. Weil's laggt. Weil's laggt als Hashtag. Nein. Das ist mir irgendwas given, weil's laggt. Nein. Okay, sag irgendwas Kurzes, Mann. Das war nicht so schwer. Ähm. Ich weiß nicht. Okay, Pasi, du hast es geschafft. Ich bin einmal im Hab rumgelaufen. Bist du zufrieden? Okay, find ich gut. Mach noch ein zweites Mal im Überleg. Soweit. Okay. So, bin rum. Okay, warte. Mach Hashtag Feed the Beast. Okay. Hashtag Feed the Beast. Ihr könnt natürlich auch abkürzen für die ganz fallen unter euch, weil das Video jetzt so lang ging. Muss der Hashtag natürlich dementsprechend kürzer sein. Und ich bin hier so lange rumgelaufen. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn der Farid das sieht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch das Video gefallen hat. Nein, doch nicht der Hashtag. Halt's Maul. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao. Watt, jeez. Der verabschiedet sich nicht. Der Unko, bitte. Hä, was? Sag mich tüß. Gucken, Mann. Ja, okay. Hashtag auch gar nicht. Auf jeden Fall. Leute, bis zum nächsten Mal. Sackt Farid nichts. Und wir sehen uns in einer weiteren Episode. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.